Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott und heute machen wir mal was, was nicht unbedingt mit Klemmbaustein zu tun hat, aber es war gratis so ein Geschenk. Meldet uns nach dem Intro. So und nachdem ich nämlich eine Bestimmung gemacht habe, war dies ein gratis Geschenk, was dazu gekommen ist. Das Ding hat die Modellbezeichnung FG07S. Keine Ahnung von. Wireless Headset X-Bus Stereo Wireless. Chip 5.0, keine Ahnung, Telefonannahme, AUX Radio, Speicherkarte, HD Sound. So sieht das Ganze von vorne aus. Wireless Version 5, Reichweite 10 bis 30 Meter, 40 Watt. Ja, 940 Gramm. Drei Farben gibt es, obwohl lauten sind 5. Und ich würde sagen, wir gucken mal, weil ein Geschenkengaul haut man eigentlich nicht ins Maul. Aber wir machen es mal auf. Oh, das war auch nicht ja so. So. Kettons leeren. Wir haben hier ein 3,5er Klinkel. USB auf wie ist der denn noch mal? Weiß ich jetzt aber, äh, ich komme jetzt nicht drauf wieder, es ist aber kein... Ach, komm. Was? Und ein heftiger... Instruktionsanleitung. Mhm. In englisch. Und chinesisch. Und chinesisch. Klappbar. Unten haben wir... Drei Knöpfe. Hier kann eine Speicherkarte rein. Hier kann AUX rein. Da kann ein Ladekabel rein. Ja. Das ist ein Mikro-USB. Weich. Länge verstellbar. Oh. Eins, zwei. Hm. Die Schalt... Macht ganz schön zu. So. Was passiert, wenn ich die Knöpfe drücke? Okay. Okay. Also hier geht eine blaue Kontrollleuchte an. Von der Sache kommt eine Melodie und dann Bluetooth verbinden. Blau-Rot blinkt die jetzt. Die sind übrigens hier auch noch leicht beweglich. Mhm. Okay. Bluetooth habe ich jetzt aber nicht sofort zur Hand. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal her. 這是 Chaos bandwidth ig咯 Ja ... Ja, mal ganz einfach. Äh ... Was ist gut? Ganz einfach. Das ist gut. Ja. Da. Ja. Ich habe mich für den U-U-U-A. Danke. Halleluja. Also ich habe die jetzt über ganz normale Klinker angeschlossen und habe gerade gestartet mit dem Intro. Da ist mir der gesamte Gehörgang weggeflogen. Ich habe jetzt auf 19 runter geregelt. Funktioniert. Wie gesagt, man kann hier wohl auch eine Karte reinstecken und dann Musik unterwegs hören, weil hier ist ein Akku drin verbaut. So, weiß ich. Ein ganz komisches Video von mir, aber es war umsonst. Ich muss es testen. Funktioniert. Das war es soweit. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, ob ich auch andere Sachen, die ich so bekomme, testen soll. Passt nicht in den Kanal, weiß ich, aber das war jetzt gratis. Und ob ihr so noch schon mal getestet habt oder noch nicht. Das war es. Ich bestelle euch einen Liegenbus Astroport. Bitte bleibt gesund. Und ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid, was ihr hört. Fuck, Beyond. Fuck, was ihr seid? asz Bobas Du fs